Mit dem Alkohol ist es ja immer so eine Sache. Wir wissen eigentlich alle, dass Wein, Sekt, Bier und Schnaps Gift für unseren Körper sind. Und zwar nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich. Alkohol ist ein Zellgift, das in unserem Organismus richtige Schäden anrichten und uns krank machen kann, wenn wir mehr trinken, als gut für uns ist. Und damit nicht genug. Alkohol kann mit der Zeit leider auch süchtig machen. Das bedeutet, dass es sein kann, dass du irgendwann die Kontrolle über dein Trinkverhalten verlierst und schlechtestenfalls nicht mehr ohne leben kannst. Man spricht dann auch von einer Alkoholabhängigkeit. Aber wie gesagt, da erzähle ich dir erstmal sehr wahrscheinlich nichts Neues. All diese Dinge sind ja eigentlich schon lange bekannt. Trotzdem möchte ich heute gerne mal darüber sprechen, wie man denn eigentlich merkt, dass man die Kontrolle über das eigene Trinkverhalten verliert. Da gibt es nämlich tatsächlich so ein paar Anzeichen, auf die wir achten können, sowohl bei uns als auch bei anderen Menschen, die uns am Herzen liegen. Fangen wir mal mit den ersten Anzeichen an, die dir zeigen, dass es wirklich dringend an der Zeit ist, in Sachen Alkohol auf die Bremse zu treten. Also erstens, du hast es nach einem Abend mit viel Alkohol nicht nur mit einem richtig fiesen Kater zu tun, sondern auch mit Gedächtnislücken. Du erinnerst dich also nicht mehr an den Abend oder nur noch an einzelne Momente oder Szenen, die dir womöglich auch noch super peinlich und unangenehm sind. Damit es zu diesem Zustand kommt, muss wirklich viel Alkohol in deinem Glas gelandet sein. Und wenn das regelmäßig vorkommt, dann ist das extrem bedenklich. Du merkst, dass sich deine Persönlichkeit verändert. Vor allem, wenn du etwas getrunken hast und zwar zum Negativen. Vielleicht bist du aggressiver als sonst, leicht reizbar, richtig wütend oder auch tief traurig, wenn du ein paar Gläser drin hast. Vielleicht wirst du auch richtig gemein und ausfallend, wie du es nüchtern niemals sein würdest. Womöglich sogar so schlimm, dass du am nächsten Morgen aufwachst und dich für dein Verhalten schämst und dir vielleicht sogar denkst, was war denn da mit mir los. Diese heftigen Stimmungsschwankungen entstehen durch den deutlich erhöhten Alkoholkonsum. Denn er beeinträchtigt nicht nur die Selbstkontrolle und Kritikfähigkeit, sondern er wirkt auch enthemmend und erhöht die Bereitschaft zu aggressiven Trinkverhalten. Und das kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass Betroffene gewalttätig werden oder andere Straftaten begehen. Es ist auf jeden Fall ein eindeutiges Zeichen, dass du langsam, aber sicher die Kontrolle verlierst. Und das solltest du auf gar keinen Fall ignorieren. Dein Job leidet unter deinem Trinkverhalten. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass du bei der Arbeit nicht mehr so konzentriert oder nicht mehr so leistungsfähig und nicht mehr so zuverlässig bist. Du vergisst Termine, vermasselst wichtige Aufgaben und dir passieren immer wieder Fehler. Vielleicht fehlst du auch immer häufiger, weil du es einfach nicht mehr schaffst, dich aufzuraffen oder weil dein Kater dir einen Strich durch die Rechnung macht. Oder es ist sogar schon so weit, dass du merkst, ohne einen Drink, komm ich morgens gar nicht mehr in Schwung. Und damit kommen wir auch schon zu viertens. Du entscheidest dich immer häufiger gegen die Arbeit, gegen Freizeitaktivitäten und gegen soziale Kontakte wie Familie und Freunde und anstattdessen für den Alkohol. Oder du gehst nur noch unter Leute, wenn auch Alkohol im Spiel ist. Verabredungen ohne Alkoholoptionen stressen dich hingegen so sehr, dass du sie absagst oder am liebsten absagen würdest. Vielleicht überlegst du sogar vorher schon etwas zu trinken, um die Sache irgendwie durchzustehen. Oder du nimmst sogar heimlich Alkohol mit zu der Verabredung. Fünftens, ein deutliches Zeichen dafür, dass du die Kontrolle über deinen Trinkverhalten verlierst, sind die Bedenken deiner Familie und deiner Freundinnen und Freunde. Wenn sie auf dich zukommen und dir sagen, dass sie sich Sorgen um dich machen, dann ist das zwar erstmal schmerzhaft, aber es ist auch definitiv ein Alarmsignal, dass du ernst nehmen solltest. Denn unsere Herzensmenschen haben schließlich einen sehr guten, toleranten und fürsorglichen Blick auf uns. Und ja, vielleicht machen sie dir in dem Gespräch auch ein paar Vorwürfe, weil du dich beim letzten Zusammentreffen total daneben benommen hast. Ja, so oder so. Es zeigt, dass deine sozialen Beziehungen bereits unter deinem Konsumverhalten leiden. Und das ist ein deutliches Warnsignal. Machen wir weiter mit Sechstens. Du wirst zunehmend toleranter. Grundsätzlich ist Toleranz ja eine tolle Sache. Ja, aber leider nicht, wenn es um den Konsum von Alkohol geht. Das bedeutet nämlich, dass du mit der Zeit immer mehr Alkohol brauchst, um auf den Pegel oder in Schwung zu kommen. Also, um etwas vom Alkoholrausch zu merken, brauchst du mehr Alkohol. Diese Gewöhnung wird übrigens auch als Toleranzentwicklung bezeichnet. So, siebtens. Es fällt dir schwer, Nein zum nächsten Glas zu sagen. Zum Beispiel, wenn du merkst, dass du langsam aber sicher genug Infos hast. Du weißt schon, die leise Stimme, die dir im Ohr dann sagt, also, mir ist eigentlich auch mal gut für heute. Sonst geht es dir später oder morgen richtig dreckig. Und die Unfähigkeit, auf diese Stimme zu hören, also den Konsum zu kontrollieren oder zu reduzieren, selbst wenn man die Signale ganz eindeutig hört oder spürt, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Alkohol langsam aber sicher das Kommando übernimmt. Und das kann fließend zu Punkt 8 übergehen. Das Verlangen wird immer stärker. Wenn du irgendwann das Gefühl hast, du bräuchtest jetzt wirklich dringend ein Glas Wein oder einen Schnaps, um mit einer Situation besser klar zu kommen, Stress abzubauen oder Probleme zu verdrängen, dann ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Wenn dazu aber auch noch ein körperliches Verlangen kommt und du richtig merkst, dass dein Körper danach verlangt, dann ist die kritische Grenze nicht nur erreicht, sondern eigentlich schon überschritten. Und dann landen wir ruckzuck bei neuntens. Irgendwann geht es nicht mehr ohne. Das bedeutet, dass dein Körper wirklich nach Alkohol hungert, aber anstatt des knurrenden Magens reagiert er mit zitternden Händen, Übelkeit, Schwitzen oder Angstgefühlen, mit Konzentrationsproblemen und Druckgefühlen. Und zwar so lange, bis du ihm gibst, was er so gerne oder so dringend haben möchte. Ärztinnen und Ärzte bezeichnen diese körperlichen Anzeichen auch als Entzugserscheinungen. Und die sind wirklich unangenehm, körperlich und mental. Und auch wenn man es noch so sehr versucht, von allein sind sie in der Regel nicht mehr in den Griff zu bekommen oder eben nur für kurze Zeit. Und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute. Dein Körper zeigt dir ganz eindeutig, dass ihm der ganze Alkohol Probleme macht. Denn wie schon gesagt, Alkohol ist ein Gift, das sich auf alle Körperzellen und Organe auswirken kann. Und einige dieser Auswirkungen bemerkst du auch. Zum Beispiel beim Blick in den Spiegel. Unreine Haut mit Pickeln und Mitessern sind so ein Anzeichen. Aber auch vergrößerte Poren, Herpes oder Hauterkrankungen, die sich verschlimmern oder schlimmer sind als sonst. Das gehört typischerweise dazu. Vielleicht hast du aber auch spürbare Magen-Darm-Probleme, wie zum Beispiel Magenschleimhautentzündung, einen Magensäure-Reflux oder Probleme mit der Verdauung oder auch Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Gleichzeitig könntest du auch bemerken, dass dein Immunsystem schwächer wird. Also deine körpereigenen Abwehrkräfte werden schwächer und damit wirst du anfälliger für Infekte. So oder so, das sind nur die Folgen, die du bemerkst, während im Untergrund noch jede Menge andere Sachen abgehen können. Da wären zum Beispiel Nervenschädigungen, Erkrankungen der Leber, wie eine Fettleber oder wenn es ganz dicke kommt, eine Leberzirrhose. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und natürlich steigt auch dein Krebsrisiko im Verborgenen. Also, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn dir diese Anzeichen bekannt vorkommen, auch nur im Ansatz oder auch nur einige davon, ist es wahrscheinlich an der Zeit in Sachen Alkohol mal auf die Bremse zu treten. Der erste Weg ist immer, den Alkohol selbstständig zu reduzieren. Du könntest zum Beispiel sagen, ich trinke nur noch ein oder zweimal die Woche Alkohol, niemals alleine und zum Beispiel nicht mehr als eine gesundheitlich unbedenkliche Menge. Wobei ich dazu sagen muss, also unbedenklich ist eigentlich nur der Verzicht. Als bedingt riskant gelten derzeit 12 Gramm Alkohol für Frauen und bis zu 24 Gramm Alkohol für Männer. Wobei es auch andere Empfehlungen gibt, die sogar noch unter diesen Werten liegen. Und damit ist aber tatsächlich der reine Alkohol gemeint, der in einem Getränk enthalten ist. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. In so einer typischen Flasche Bier, 0,33 Liter, stecken rund 13 Gramm Alkohol und in einem 0,2 Liter Glas Wein ungefähr 16 Gramm Alkohol. Wer halbwegs risikoarm trinken möchte, bleibt also bei ein bis zwei Getränken pro Tag bzw. pro Abend. Wenn du allerdings merkst, das schaffe ich nicht alleine, dann ist es wirklich unheimlich wichtig, dass du dir Hilfe suchst. Zum Beispiel fang mal an mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt oder suche eine Selbsthilfegruppe auf. Ich weiß, das klingt immer erstmal nach einer riesigen Herausforderung, in der du dich vielleicht gerade gar nicht gewachsen fühlst. Vielleicht schämst du dich auch dafür oder fürchtest von anderen in irgendeiner Form verurteilt zu werden. Aber weißt du was? Du machst das ja alles gar nicht für die anderen Menschen, sondern für dich und für deine Gesundheit. Du holst dir Hilfe, weil du dir wichtig bist, weil du wieder gesund werden möchtest und weil du wieder Kontrolle über dein Leben haben möchtest, weil du wieder zuverlässig sein und mit deinen Herzensmenschen gut umgehen möchtest. Und ich finde, das sind die besten Gründe, die man haben kann. Also ich glaube an dich, du schaffst das und wenn du noch mehr Fragen zum Thema hast, kannst du dich selbstverständlich auch jederzeit an das TK-Ärzte-Zentrum wenden. Über die App TK-Doc oder telefonisch. Die Kolleginnen und Kollegen helfen dir wirklich gerne weiter.